Alle sagen zu mir, es war kein gutes Spiel von dir. Die Saison, wo wir gegen Bayern gewonnen haben, ein paar Monate davor Superstar, Superheld, jedes Spiel gespielt, reden über die Nationalmannschaft. Von einem Fehler gemacht, nie wieder gespielt. Ich dreh mich um und hör nur ... Ich dachte mir so, ich gehöre auf alles, ich wäre der HSV-Fan. Ja, man, es ist dunkel, Leute, ich rassist ein bisschen. So, Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge Storytime mit Bilo. Heute habe ich neben mir sitzen, für mich persönlich, einer der verrücktesten Endverteidiger, die ich kenne. John Naini, Jordani, Toruneriga. Bruder, erst mal vielen Dank, dass du mitmachst, Bro. Ja, kein Problem. Ich weiß nicht, ob du es ein bisschen verfolgt hast bei mir. Ich quatsch mit Spielern über deren Geschichte, was sie erlebt haben, hinter der Kulisse. Ich bin ein sehr interessanter Spieler. Du hast auch schon viel miterlebt. Wir haben auch etwas gemeinsam erlebt in einer härten Zeit. Danke, dass du dabei bist. Du kannst erst mal erzählen, wer du bist, wie alt du bist. Wo du angefangen hast. Und dann kannst du dementsprechend einfach weiter erzählen. Jo, ich freue mich, dass du da bist, Bilo Bilo. Und nee, ich bin Jordani Naini, Jordan Toruneriga. Ich bin 25 Jahre alt, in Chemnitz geboren. Leider nicht in Berlin, in Chemnitz geboren. Da habe ich auch angefangen, Fußball zu spielen, in Chemnitz FC. Mit fünf Jahren, glaube ich, war das. Die Zeit aber da war ein bisschen schwierig, weil, weißt du, Chemnitz, Osten, ja, man ist dunkelhäutig, Rassisten ein bisschen, weißt du? Krass. Krass geschwürt. Ich habe noch nie jemanden erzählt. Einfach, die Eltern wurden fast abgeschoben, weißt du, ne? Bruder, Geld ist krank. Ey, Dicker, da war so, du musst zur Ausländerbehörde. Dann haben die gesagt, ja, da fehlt das und das. Dann haben die die Sachen gebracht, die Papiere. Dann meinten sie, nee, da fehlt noch was. Dann haben die Papiere wiedergebracht. Dann haben die gesagt, okay, da fehlt wieder was. So war das, Bruder. Aber unabhängig vom Fußball, also einfach generell, meinst du jetzt? Ja, einfach generell, ja. Okay, also du hast angefangen mit Fußball, mit fünf, bei Chemnitz, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und dann hast du dieses Problem bekommen, dass du deine Eltern... Krass, ja. Krass, und dann habt ihr das aber alles geklärt bekommen? Ja, ja, umgeklärt. Mein Vater war auch dann Profi und so. Stimmt, stimmt. Das habe ich vergessen zu erzählen. Jordans Vater ist eine Legende. Ocho, schöne Grieße. Siehst du, ich wusste es gar nicht. Hast du mit fünf bei Chemnitz angefangen? Wie ging es dann weiter? Ich war da Stürmer. Oder übertrieben krasser Stürmer. Ich schuf alles. Bruder, ich habe jedes Turnier, wo ich torscht, König oder bester Spieler. Ich war geistisch krank. Ich war Lewandowski, Prime. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, Digga. Kopfballtore, weil ich war doch da. Dann hat mein Bruder Angebot für Hertha bekommen. Junior, oder? Nee, Junior. Ich hatte auch nur einen Bruder. Junior, okay. Dann ist die ganze Familie gleich nach Berlin mit. Und ich schwöre es dir, ich habe erst Training bei Hertha gemacht. Ich dachte, was ist das denn? Wie? Also Junior hat es Angebot bekommen? Junior hat Angebot für Hertha und dann ist gleich die Familie mit. Und ich war einfach bei Hertha dann. Ich weiß auch nicht, warum. Dann haben die so gesagt, dein Trainerbruder soll auch mit Training machen. Ja, kann auch sein. Ich war dann da. Ich wusste auch nicht. Ich dachte, ich muss Probetraining machen oder so. Ich war einfach da. Wie, du bist einmal bei Hertha reingetrieben? Und am nächsten Tag hatte ich einfach Sachen bekommen. Geisteskrank. Ich weiß auch nicht, wie. Okay, wie alt warst du da? Acht, glaube ich. Müsste es gewesen sein, ja. Und das Training war Boden. Ich dachte mir, was ist hier los? Wieso? Oder es gab die Qualität. Oder ich dachte, ich komme aus Chemnitz, ich bin der beste Spieler bei Hertha. Ich war ein Kek. Ich will dribbeln, Ball verspringen. Ich will hier nicht mehr hin. Ehrlich? Das war geisteskrank. Okay, also du wollten auch unbedingt, du wollten deinen Bruder so gesehen unbedingt haben. Da bist du einfach mit ins Paket sozusagen gekommen. Hast du mit trainiert? Und warst du einfach bei Hertha oder so? Und immer noch Stürmer? Doch, immer noch Stürmer. Aber da habe ich mir gedacht, weil ich so scheiße im Training war, ich muss alle umkloppen. Tick. Okay. Und dann? Und dann hatten alle Angst vor mir. Die Eltern haben mir auch ein bisschen gesagt, ey, da darfst du ja mittrainieren. Also die haben so gesagt, ja, weil ich habe die Verletzten, sowas kannten die noch nicht so. Die wollten immer schön spielen und ich war so der Brecher dann. Ehrlich jetzt? Krass. Boah, ich hatte da gar keine Technik. Ich war bodenlos. Okay. Ich war shit. Was hat es in dir ausgelöst? Also was dachtest du mir? Ich war traurig. Wer bin ich? Ich kann gar nichts mehr. Weil du halt in Chemnitz, stark warst da vorne. Ja, ich war Top-Stürmer, Kopfball-Tore, ich war Kapitän Nummer 8. Ich dachte, ich bin zu Basel oder so. Und dann komme ich nach Berlin und bin einfach scheiße. Wie hat es sich dann entwickelt? Dann bist du die Jugendmannschaften... Ja, ich wurde auch schon mal fast rausgeschmissen in der U12 oder so. Grund? Irgendwie. Ich war scheiße. Ich habe irgendwie geschafft, immer über Wasser zu halten. Es gibt auch so eine Halbjahresgespräche und dann sagen die, ey, wir planen mit dir oder wie denkst du die Saison oder die planen nicht. Dann irgendwann meinte ein Trainer zu mir, wenn es so weitergeht, müssen wir dich rauschmissen. Ich dachte mir so, ich schwöre auf alles, ich werde Hartz IV empfangen. Ich dachte mir so, weil ich konnte, Schule war schwer, ich war nicht dum, aber ich hatte keinen Bock auf Schule. Fußball war die einzige Option. Das war U12 oder wie? Irgendwie so U12, U13 oder so. Kanntest du mich da schon? Ja, natürlich. Der Erste, was ich meinte, wir haben doch immer am Nordufer trainiert. Nordufer, das war ja ganz, 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 ganz früher. Nordufer trainiert und wir haben doch immer so Platz geteilt mit, keine Ahnung, ja, ich war echt bei einer. Ja, da war ein Älter. Und dann, ich schwöre, Erste, wo ich auf den Platz kam, ey, da ist Bile. Ich meinte so, wer ist das? Digger, ich erzähle das immer so, du Sidney auch, hoch, als ob das so... Es ist so, es ist so. Erste, ich komme das erste Mal aufs Traininggelände von HTWC, mit Klamotten von HTWC, und man sagt mir, ey, da ist Bile, alle gucken so. Mach ich nicht. Nein, du machst so, du machst so dein, keine Ahnung, du läufst mit Ball, machst Überstecken, also, oh, krass, obwohl alle das können. Ohne Sinn. Der Dumme war ja gut nicht. Nein, das ist ja dumme. Nein, das ist ja dumme. Okay. Ich muss noch dazu sagen, so, wo es so schlecht lief, ich hatte auch gar keinen Bock, zum Training zu gehen, ich hatte Angst. Kennst du das, wenn du umknickst und es wehtut, aber irgendwann geht es wieder weg? Ja, ja, ja. Ich meinte zu den Trainern, ey, es tut immer weh, ich muss sechs Wochen raus, weil ich Angst hatte, zu trainieren. Fehler zu machen, oder wie? Auch, und mit den Eltern auch so, und jeden umzuhauen. Dann bist du nicht rausgeflogen, also, dann hast du dich trotzdem, wie du gesagt hast, immer über Wasser gehalten, ein bisschen. Aber ab wann hat sich da ein bisschen was verändert, ab wann hast du eine andere Position bekommen, wann hat Hertha gemerkt, okay, komm, wir packen den lieber in die Verteidigung. in der U13 war ich, kennst du noch Tiki? Mhm. Er war mein Trainer, ich war bei ihm Außenstürmer, da war es aber, da lief es besser, ich habe ein paar Assists gemacht, ein paar Tore. Dann war ab U14 Stefan Meisel, der hat mich dann gesagt, okay, der hat mich dann in die längserteidige Position gebracht, ich habe das gehasst, immer laufen, und da war auch wieder so ein Moment, ich wollte nie so richtig spielen. Und U14 ist das schon langsam so, ich wollte nie so richtig spielen, weil ich hatte Angst, Fehler zu machen, ich hatte Angst. Krass, guck mal, was in deinem Kopf und dann irgendwie, das war ganz komisch, weil wir hatten doch immer so Schulturniere, das ging gegen Sydney zum Beispiel oder gegen Maurice Czovic und bei Maurice, Maurice war Ante Trainer, so mäßig. Ja, Czovic, wie er von Ante Czovic. Ante Czovic war Trainer. Irgendwie kam er mal auf mich zu und da meinte er zu mir, ich will längst ja dein Trainer. Da meinte ich so, okay, dann war er auf einmal doch wirklich mein Trainer. Okay. Erst, was du mir gesagt hast, ey, du bist viel zu groß für LV, wir packen dich in die IV. Einmal sehe ich, ich bin IV, ich bin groß, ich stehe mal bei mir hinten wegrennen, ich gebe den Körper, ich habe den Ball, kann ja doch was werden. Ich gucke so und dann hat er mir gesagt, Jordan, andribbeln. Das habe ich in meinem Kopf, deswegen mache ich noch diese ganzen Dribblings. Seitdem, ich habe gedribbelt, ich habe Bälle in die Tiefe gespielt, ich war der Shit. Aber das Ding war, ich war nicht bei der Nationalmannschaft, obwohl ich die Liga bis ins Erissen habe, ohne 15, weißt du? Bruder, aber das Schlimmste kommt. Ich war jedem Lehrgang dabei, es war ein Spiel, ein Takt und ich habe schon meinen Lehrern Bescheid gesagt. Ich wollte einfach rausgegangen, dass ich dabei bin. Ich hatte gedacht, du bist auf der Klasse, du bist in der Nationalmannschaft, du läufst auf, weißt du? Einmal kriege ich, gucke ich meine E-Mails, ich sehe auf Abruf. Und meine Lehrerin meinte, wir gehen zu diesem Spiel, ich bin auf Abruf. Und wir sind zum Spiel gegangen und ich war auf Abruf, weißt du? Erklär mal den Leuten, was Abruf heißt, damit die es... Auf Abruf heißt, du bist nicht dabei. Du bist in irgendeiner Liste, die Spieler, die nachnominiert werden könnten, aber diese Liste, da sind alle Spieler eigentlich gefühlt da drin. Und dann sind die aber zugucken gegangen? Ja, ich auch. Ja, ich war dabei. Bei mir war immer das Problem irgendwie, ich weiß nicht, was ich den Trainern getan habe. Ich war immer zweite Wahl. Ich habe rasiert bei Hertha, einmal spielen welche von Leverkusen oder so. Ich war krasser als die, aber Trainer wollten das nicht sehen. Wenn Trainer ihre Lieblinge haben, du kannst nichts dagegen machen. Dann war U15 vorbei, ich habe U16 übersprungen, war U17. Muss ich dir vorstellen, als kein Junge, der von der Jugend Anerkennung bekommen hat, einfach überspringen, und dann schreiten sie, ey, ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Dieses Jahr war auch, das war geisteskrank, was wir da gemacht haben. Wir wussten einfach, jedem Spiel, wie gewinnen, da haben wir doch die deutsche Mannschaft gespielt, gegen Schalke, mit Leroy Sané und so. Ja, und du hast auch bestimmt sehr gut gespielt. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber ich war der Shit. Ich war da gesetzter als, keine Ahnung was, wie Laserpointer, ich war da, ich war gesetzt, Bruder. Das war geisteskrank. Okay. Ich gucke so, das Jahr ist zu Ende, U17, Trainer Ante, du kommst U19. Ich denke so, wie? Ja, U19. Ich habe wieder U17, äh, U17, also mein Jahrgang eigentlich, habe ich übersprungen und bin dann direkt mit 17 in U19. Da war ich doch mit dir richtig. Ja, ja, ja. Weißt du? Farton mit Michael Ruse und so. Ich habe einfach U19 zusammen gespielt. Junior und so, ja, ja, ja. Ach, ich war, wie alt war ich? Ich war sogar noch 16. Du warst mit zwei Jahren älteren gespielt. Ja, ich war sogar noch 16. Alles war super, Vorbeutung mitgespielt. Ich war ein bisschen schwächer als die, weil sie waren zwei Jahre älter, das merkt man schon in der Jugend. Und dann sind wir nach Stuttgart gefahren, haben gegen Nürnberg gespielt, weiß ich ganz genau noch. Da war so ein Einwurf in unserer Hälfte und war aber weit in unserer Hälfte, für den Gegner. Ich gucke, ich drehe mich um und höre nur. Ich falle auf den Boden. Ich denke mir so, was passiert hier gerade? Hier dieses linke Knie, Nils Körber, du Arschloch, er ist mir hier reingesprungen an die Seite. Seine Eisenstollen, die waren glaube ich so, dieser Butterfly-Messer, ist mir hier reingesprungen und mein Knie, ich sage mal so, mein Knie war hier. War hier irgendwo, hier irgendwo. Ich dachte mir so, was passiert hier gerade? Ja, ich sage so, was passiert hier gerade? Krass. Ich habe erst mal gar nicht realisiert. Einmal fange ich an zu schreien. Aber nicht dieses normale Schreien, dieses Schreien, das kommt von irgendwo. Und du musst dir denken, ich war 16. Ich hatte schon auf den Boden dreimal, und dann gehörst du auf den Boden. Das ist zu Ende. Ich komme dreimal auf den Boden. Du musst dir vorstellen, mein Knie, ich kann das nicht mehr bewegen. Mein Knie ist draußen. Ja, und ich kann nichts mehr bewegen, ich habe nichts mehr Gefühl. Und du möchtest, meine Fußspitzen haben immer so am Boden gestreift. Weißt du, wie ekelhaft das war? Du meinst, weil die sich so oben und draußen dran oder so, die sich so strecken. Weißt du, wie ekelhaft das ist? Ich habe noch nie so ekelhaftes Gefühl. Ich dachte mir, sie müssen das Bein apportieren. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Die mussten ein Röntgen machen von meinem Knie. Und du musst jetzt das richtig hinpacken. Oder richtig strecken. Mein Knie ist hier, Ich musste es richtig strecken. Und ich konnte mein Knie nur so beugen. Sie sagen, du musst dich strecken. Das geht nicht. Ich habe Schmerzen. Doch, du musst dich strecken. Was hast du gemacht? Ich dachte mir so, ich schwöre auf alles, was ich habe. Ich sterbe heute. Ich dachte mir, ich sterbe heute. Mein Knie ist so, ich kann es nur so strecken. Du bist einfach runter oder wie? Sie macht so. Ich habe geheult, ich habe geschrien wie ein Wolf. So habe ich geschrien. Ja, da war ich dann da und war halt für ein Jahr fast los. Zehn Monate war ich raus. Was war das genau für eine Verletzung? Oberschenkelfraktur, also hier war irgendwas gebrochen. Gebrochen? Ja. Krass. Da waren auch Drähte drin und so. Was hat es mit dir angestellt im Kopf so? Deswegen bin ich jetzt eigentlich ein kaputter Mensch. Du weißt doch, deine ganze Kumpel, das geht zum Training, du musst zur Physiotherapie. Du willst irgendwas machen, die sagen, du darfst dich nicht belasten. Ich musste, glaube ich, ein halbes Jahr im Bett liegen. Krass. Ich durfte nichts machen. Diese Maschinen da, wenn du Kreuzband rust, kennst du? Ja, diese Maschine, ja, diese Drixmaschine hat nichts gebracht. Bis heute habe ich Angst, in den Zweikampf zu gehen mit Torhütern. Wenn ein Torhüter, Torhüter schreit, ich mache gar nichts. Die sagen mir, welche Trainer, du musst da reinfliegen, wirst du doof? Ich sage, ich sterbe? Wenn ich nichts spiele, in einem kranken Koma bin, soll ich dir irgendeinen Sieg holen? Oder so? Niemals mache ich das mehr. Wenn ein Torhüter, Torhüter schreit, ich bin weg. Wie war das dann mit der Situation, also mit Hertha auch, wegen Vertrag und alles? Das war gut von Hertha, die haben auf mich gewartet sozusagen. Weißt du? Also die haben dir die Zeit gegeben, Zeit gegeben, ja. Dass du dich da wieder regeln? Ja, da war ich wieder in der U17, weißt du, weil es war ja mein Jahrgang. Und dann hat er an die Tore hat er mir die Zeit gegeben. Nicht nur schlechte Seiten, der Torhüter. Nein, Aufbau war anstrengend mit Claudia Valenta. Ich habe geheult was jeden Tag. Krass. Ich habe FIFA durchgezockt, glaube ich. PS3. Na, hat der Verletzung ein bisschen zurückgekommen? Ja, bin ich zurückgekommen. Dann hast du nochmal U19 oder wie? Weitergekommen, das war dann so, mit der U17 wahrscheinlich die Saison. Ich habe da Aufbau gemacht und war erstes Spiel im Kader. Weißt du, was das war? Das war Pokalspiel gegen TB. Halbfinale. Ich habe nicht gespielt, weil ich dachte, ich spiele, weil ich schon wieder raus weißt, was ich gemacht habe. Obwohl du so lange verletzt warst, schon mal, ja? Ja, ich dachte, ich spiele. Auf einmal, weil ich gemacht habe, ich bin auch vorbei, ich habe geheult, weil ich nicht gespielt habe. Ich wollte wieder spielen. Einfach geweint. Und dann nächstes Spiel gegen Hannover, weiß ich noch, habe ich wieder einfach angespielt, aber so 70 Minuten oder so. Hatte ich mich rausgenommen. Dann war ich wieder drin. Dann warst du, dann hast du nochmal U19 gemacht, oder was? Dicker, dann kommt das Ding. Ich dachte, ich bin U19. von Jugendfußball zu den Profis, sondern du hast nochmal U23 gespielt, Wie lange hast du U23 gespielt? Ein Jahr, ja. Und wie kam das dann? Dann kannst du mal ab jetzt erzählen, so der Sprung dann zu den Profis. Wer ist auf dich zugekommen? Wie sind die auf dich zugekommen? Wie hat sich das alles angefühlt? Kannst du mal erzählen, wie es da ein bisschen war, wo du deinen ersten Probivertrag unterschrieben hast. Das war aber, bei mir war es ein bisschen komisch, weil ich habe U23 gespielt, habe auch nicht so schlecht gespielt, aber ich war so Hitzkopf, weißt du? Okay. Wo ich habe mich mit jedem angelegt. Ich dachte, das wäre cool, jetzt sich mit jedem anzulegen. Den Älteren von dem, also nicht von unserer Mannschaft, der hat immer Respekt. Bis heute immer noch vor Älteren habe ich immer Respekt, auch vor Jüngeren, aber du weißt, vor Älteren, wie man das ist. Du kannst ja sagen, warum. In Berlin ist das ja so, dass man das so mitbekommt, dass man wirklich immer vor Älteren halt Respekt hat. Ja, und so, bei den anderen hatte ich gar keinen Respekt. Gegner meinst du? Ja, gegner. Ich dachte immer, das ist cool, sich mit allen anzulegen, Kopf an Kopf zu gehen. Ein bisschen blauäugig, so, weißt du. Und dann habe ich ein Jahr gespielt, ich glaube, ich habe zehn oder zwölf gelbe Karten. Noch nie, jetzt zum Beispiel, ich brauche nicht mal faul zu machen oder so. Dann habe ich da gut gespielt. Wir haben U19 DFB-Pokal gewonnen. Also mit Älteren, also mit 96ern. Da habe ich schon bei den Profis trainiert, mit 17. Also du hast schon mit der U19? Ja, ja, sorry, das habe ich vergessen. Da hat er einfach Anteil dich zu den Profis geschickt, oder wie? Ja, dann hat er das Spiel geguckt. Da hat mich dann hoch, also der Mann, keine Ahnung, Paul Dardai. Ja, Paul Dardai. Ich, Nico Bayer, du hast Hitlnick, war glaube ich auch da oder so. Und noch ein paar andere junge Spieler, die da gut gespielt haben in den Finals. War gegen Cottbus, weißt du, kann ich mich erinnern, wie wir gewonnen haben, DFB-Pokal. Langweilste Spiel der Welt, aber egal, 1-0 gewonnen. Da habe ich mittrainiert, mit 17. Krass. Für den Profis. Und ich habe gut trainiert, weißt du, ich habe stark trainiert, ich habe mich was getraut so. Und dann kam ein Spiel gegen irgendeine Mannschaft in der 6. Liga. Hab ich dir erzählt, ne? Ich bin gegen einen Verein in der 6. Liga. Gucken wir die Aufstellung an. Ich bin einfach mit Thomas Kraft in den Verteidiger. Du musst dich mal mit Thomas Kraft. Kann man mal machen, bei der 6. Liga. Ich liebe Thomas Kraft. Er ist der größte Mensch der Welt, aber in diesem Spiel hat er mich hochgenommen. Er wollte, dass ich scheiße aussehe. Ich will nach vorne verteidigen, die spielen hinter mir. Ich gucke nach hinten, alles frei. Ich denke, was ist passiert hier? Schießen da sogar noch am Tor? Weißt du, einfach wegen dir dann so mietig. Ja, wegen mir. Natürlich wegen mir. Dann irgendwann kam da so ein langer Ball. Ich wollte hochspringen. Ich bin, glaube ich, 17 Meter hochgesprungen, habe den Ball aber nicht getroffen. Der nimmt den Volley, der trifft wieder. Was passiert hier heute? Dein erstes Spiel mit den Profis. Normalerweise sagt er, okay, er ist noch jung. Lass ihn weiter trainieren. Weißt du, was die gesagt haben? Nicht die, sondern der Trainer. Der braucht noch Zeit. War erst mal ein Dämpferbisschen für dich? Ich war am Boden zerstört. Ich dachte mir so, was für eine Zeit. Das kann doch jedem Jungen mal passieren. Willst du einfach ein 1.023? Ich habe nicht mehr mit den Profis trainiert. Du hast wegen dem Spiel nach dem Spiel nicht mehr mit den Profis trainiert. Nein, wegen einem. Da hattest du aber noch einen normalen Vertrag. Ja, noch einen normalen Vertrag. Wegen einem Spiel gegen den 6. Ligisten. Und dann? Wie ging es weiter? Da habe ich 1.023 gespielt. Ja, okay. Und dann? So, dann habe ich da gut gespielt. Und dann habe ich irgendwann mit 19 im Winter, glaube ich, habe ich dann einen Profisvertrag angeboten bekommen. Von Hertha? Ja. Der Vertrag ist ausgelaufen? Oder haben die einfach so... Ja, es ist auch ausgelaufen. Es ist ausgelaufen und dann haben die dir einen Profisvertrag angeboten. Ja. Und so, dann habe ich einen Profisvertrag. Ich war der Glückste Mensch der Welt. Weißt du, wie das war? Ich habe irgendwie an einem Donnerstag unterschrieben und einen Satz haben wir gegen Leipzig gespielt. Und es waren viele IVs verletzt und ich war im Kader. Krass. Also, ich dachte mir so, ich spiele da, glaube ich. Zum Glück nicht, ich spiele. Wir haben 5-0 verloren. Dann habe ich da auch mein Debüt irgendwann kurz oder später als Stürmer gegeben. Wie war es? Als Stürmer? Ja. Stürmst du in den letzten paar... Ja, 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 ja. Siehst du doch in diesem Video, was ich... Ja, ja, ich weiß. Nummer 40. Wie war es für dich? Ich dachte... Für deine Familie, für dich... Ja, weißt du, was willst du, was? Ich gucke so, ich mache mich wahr. Auf einmal zeigen die mir so meine Nummer hoch. Jordan. Jordan, hast du ihn? War es in Wünschen? Ja, weil ich geschwindet bin. Boah, ich mache meine Sachen, weißt du, in meine Schiemannschule mache ich rein. Ich mache ohne diese Festmachen, weil ich bin aufgeregt. Trainer redet mit mir, ich höre nicht mal. Ich mache so, ich ziehe meine Sachen aus, ich habe nichts zugehört. Ich mache einfach nur rein. Jordan, du musst erzählen, was geht da jemandem vor, wenn du dein Debüt machst? In der Becher, das ist auch krass, finde ich. Was geht da in dir vor? Ich war der Beste, ich dachte, ich bin der Beste. So Glücksgefühl, unglaublich, war Achterbahn. Das Schlimmste, guck mal, ich weiß nicht, ob es diesen Video noch gibt. Ich laufe so an, ich bin ausgerutscht, aber Eisenstunde, wo du weißt, wie schnell ich oben war. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, irgendwas mit Genjutsu oder so gemacht. Digga, ich war so schnell, das kannst du dir nicht vorstellen. Dann hatten wir einen Konter, das war ein enges Spiel, wir haben nur eins gefühlt gegen Ingolstadt. Auf jeden Fall hatten wir einen Konter und wir laufen... Ach, das war Zweite Liga? Nein, Erste Liga. Esfen und ich laufen zum Tor und ich bin außen frei. Und ich dachte, okay, ihr macht safe alleine. Ich bitte mit dem Ball zu. Ich renne und der erste Kontakt war super. Ich habe mir so, okay, schieß jetzt oder pass. Bruder, ich mache diese Schusstäuschung, hinter Standbein ziehen, er grätscht. Ich habe mir so, ich spiele zuerst, er schieß daneben. Ich hätte einfach das erste Spiel fast als Schiss gehabt. Krass, krass. So war dein Debüt einfach unglaublich. Wie war das dann auch für deine Familie und sowas? Das hat schon alles geändert bei dir, oder? Bruder, ich dachte... Auch so Nachrichten, Freunde, keine Ahnung was, bitte. Ich dachte, ich würde nächste Woche Ballon d'Or gewinnen. So, ich war jetzt ernst, so war das. So war das, nee, da habe ich auch kurz später mein richtiges Startelf-Tribbio gemacht, gegen Darmstadt, weil es waren viele IFOs verletzt. Ich habe auch da getroffen. Schön, du hast ein Tor gemacht. Was ich da geschrieben habe? Weil ich bin der Boss. Du musst da drauf achten. Guckt euch mal das Video an. Ich schrei einfach... Weil ich bin der Boss. So, das ist verrückt. Du musst dir mal das Video angucken. Zeig dir das später. Ich glaube, so in so... Bruder, ich habe irgendwas gesagt. Ich sage einfach, weil ich bin der Boss. Wie dumm kann man sein. Das war geistiskranken. Dann war die Saison zu Ende. Da habe ich meine richtig erste Vorbereitung mitgemacht. Du hast da noch ein paar Spiele gespielt, so ab und zu. Oder immer Kader gewesen. Ab und zu. Aber warst du immer mittrainiert und so? Also warst du schon eigentlich Bestandteil der ersten Mannschaft? Ja, ja, ja. Ich habe auch viel gelernt. Also nicht von Trainern schwer. Aber... Wieso? Ich musste mir alles selber beibringen, so mäßig. Ich habe von Trainern nie mehr von sich gelernt. Mit dem Trainern habe ich nur gelernt, ich muss meinen Maul halten. Der darf dir nichts sagen, so. Keine Gegenwehr leisten, so. Das ist doch so. Hast du halt noch mehr verdient und so? Mhm. Wie bist du damit umgegangen, ehrlich? Ich bin bei Geld. Die ersten Verträge sind... Das ist zwar viel Geld, aber du weißt, im Profibereich, was da viel Geld rumläuft. Weißt du, da sind Peanuts. Aber ich dachte wirklich, ich bin bei Geld. Ehrlich, hat es irgendwas als Mensch von dir geändert? Vertrieben nicht. Ich hatte nur ein bisschen mehr Geld, aber... Andere, die Leute, die sich gemeldet haben, die vorher nie irgendwie... Also schon, ja, aber mir noch egal. Bist du nicht drauf eingegangen? Oft schon, ja, aber jetzt mache ich sowas manchmal. Ja, kleinen Kreis halten ist immer wichtig. Ich habe meine, du weißt doch, wenn man in der Kabine so sieht, die Profis laufen mit Louis Vuitton, Kulturbeutel rum, willst du das auch haben, dann kaufst du dir mal, dann leest du dir ein Auto. Du weißt doch, diese Firma. Ja, bei mir auch so. Das ist diese Firma, ja. Du wirst sowas auch haben. Damals gab es noch 1% Leasing. Das war das Beste, was es gab. Macht nur wieder. Gebt nur wieder 1% Leasing. Okay. Ja, aber so hat man sich halt gegönnt. Aber jetzt mittlerweile mache ich das gar nicht mehr so, weil ich denke mir so... Oder auch wenn, ist das vollkommen... Nein, 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 aber ja, soll ich eher machen, aber ich denke mir so... Ich denke, ich kann mich gut anziehen. Aber warum muss ich mir... Wo überall die Markendrohs draufstehen, anziehen, wenn es günstiger viel besser aussieht. Weißt du? So denke ich mir. Ich habe halt zwar ein paar Markenklamotten, aber die ziehe ich nur in so einem Urlaub oder... Ich habe keine Ahnung. Bro, du hast dein Leben lang Fußball gespielt, dein Leben lang den Arsch aufgerissen. Ja, aber wenn du... Leben lang, warte ganz kurz, Leben lang deinen Mund gehalten und gemacht und getan. Das wissen immer viele nicht, da kann man sich auch was gönnen. Ich verstehe auch, aber, Bruder, das muss nicht mehr sein. Das ist in meinem Kopf jetzt. Dann habe ich dann die erste Vorbereitung bei den Profis gemacht. Und da hat es gleich angefangen bei mir mit Verletzungsanfälligkeit. Ich bin im ersten Trainingslager, ich werde von der Seite umgehauen. Und da hatte ich immer Probleme. Wenn du einmal Probleme hast mit dem Sprunggelenk, hast du immer Probleme. Und das schlimmste... Das hätten ja auch, ich auch. Und das weißt du... Guck mal, ich war in der Vorbereitung verletzt. Die haben diese Ausrede, dass ich in der Vorbereitung verletzt war, haben die sechs Monate ausgenutzt. Die sagen, ich bin noch nicht fit. Es war in IV verletzt, ich habe einfach ein Sechser spielen lassen auf IV. Ich frage mich, was das mit deinen jungen Spielern auslöst. Ich war... Ich habe immer gedacht, was habe ich euch getan? Und ich rede jetzt nicht so abwärtend über... Weißt du? Ich rede nur, wie es für mich war. Du weißt, ich liebe Hertha. Du meinst jetzt Hertha, ne? Du weißt, ich liebe Hertha. Aber du weißt... Ja, weil er scheule dich, ja. Ich liebe Hertha, aber du weißt doch... Was da passiert ist, ist so... Ist mir passiert, ich kann doch nicht lügen. Also sie haben immer versucht, jemand anderen... Ja. ...auf der Hinterposition zu spielen zu lassen, obwohl du für... Ja, und gefühlt war ich an allem schuld. Ich war an allem schuld. Bro, wenn wir mal ein Spiel verloren haben, ich schwöre auf alles. Ich dachte mir, was passiert hier? Alle sagen zu mir, war kein gutes Spiel von dir. Spiel ich alleine? So kannst du, wie weißt du? Ja, ich frage mich halt... Und Digga, du bist halt 19- oder 20-Jähriger. Wollte ich gerade sagen, als junger Spieler, Digga, dann gehst du nach Hause und denkst dir, Alter, jeder hackt auf mich rum. Ja, deswegen... Ich bin verrückt jetzt, weil mein Kopf wurde kaputt gemacht. Und dann auf jeden Fall, Vorbereitung war da, hab da nicht so viel gespielt, hab da glaube ich elf Einsätze oder so gehabt. In der Saison, meinst du? Ja, in der Saison, war nicht so viel U23 gespielt. Und dann kam das nächste Jahr. Auf einmal, es war irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, Paul war der korrekteste Mensch zu mir. Hab mit mir geredet, weißt du? Und wir haben Dreierkette gespielt. Oder ich links, Karim in der Mitte und Niklas Stark recht. Bruder, wir haben noch nie so eine gute Saison begonnen, wie dieser Bruder. Weißt du, wie geil das war? Vor den Dings, Vorbereitung war geil. Wir haben alle Spaß gemacht. Die Spiele, wir haben jedes Spiel gewonnen. Dann gehen wir in die Saison, Pokal gegen Braunschweig. Bruder, wir führen 1-0. Die schießen 1-1 in der 88. Minute. 90. Pro 2 machen wir 2-1. Weißt du, wie cool das war? Okay, jetzt bin ich drin. Jetzt, 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 jetzt beginnt meine Saison. Das erste Spiel war gegen Nürnberg, haben 1-0 gewonnen. Rune hat Elfmeter gehalten. Jarstein hat Elfmeter gehalten. Nächstes Spiel, wir kriegen wieder Elfmeter gegen uns. Gegen Schalke. Weißt du, was Schalke früher war? Weißt du, was Schalke? Die waren geisteskrank. Naldo und so. Wir gewinnen einfach auch. Bruder, Doppelpack. Und Bruder, ich dachte mir so, ich bin jetzt drin. Ich bin jetzt drin. Weißt du, Naldo, der ist ein Meter, der ist 200 Meter groß. Ich kaufe halt nur gegen ihn gewonnen. Ich dachte mir so, hä? Wie hoch kann ich springen? So, weißt du? Ich dachte mir so, jetzt ist die Saison, die, die ich mich zu Berlins Boss mache. So mäßig, weißt du? Ja, das meinst du auch. Nächstes Spiel. Und ich möchte dazu sagen, davor, ich hatte in der Vorbereitung immer wieder Schmerzen in der Achillessehne. So, weißt du? Ja, noch selber immer ein bisschen Probleme gehabt, ne? Ja, ich hatte in der Achillessehne Schmerzen gehabt. Und dann war es so, wir spielen gegen Wolfsburg. Bruder, wir führen 1-0. Ich mache einen Sprint und ich merke, zack, ich bin so, scheiße. Ich muss ausgewöhnlich. Ich habe noch versucht, weiter zu spielen, aber irgendwie, Bruder, wir kriegen 90. Plus 4, 1-1. Bruder, wir hätten einfach 3 von 3 gewonnen. Aber egal, sieben Punkte sind auch gut, aber das hört sich geil an. Weil danach kam, glaube ich, Gladbach oder so, weißt du? Da musste ich raus. Und dann war die Saison ein bisschen komisch, weil ich war immer wieder raus, weißt du? Aber das kann ich sagen, das ist die einzige Verletzung, von der ich sagen kann, dass es meine eigene Schuld war, wo ich vielleicht nicht viel gedehnt oder nicht so gut darum gekümmert, weißt du? Aber mit der Achillessehne. Aber der von mir Vorwurf, der ich verletzungsverletzt bin, die springen mir da rein. Ich war gegen Frankfurt, da habe ich einen geisteskrankenassist gemacht, da ist mir einer reingesprungen, so ein Ismoseband anderes, die sagen mir, ich bin verletzt. Bruder, was soll ich da machen? Soll ich mich in der Luft auflösen? Verstehst du? Damit ihr mal checkt, was soll ich da machen? Bruder, es gibt Spieler, die haben jede 2 Wochen Muskel verletzt, weißt du? So, und dann, oder gegen Leroy, springt mir mit dem Knie hier rein, die sagen, ich bin verletzt anfällig. Was soll ich da machen? Verstehe ich nicht. Und jetzt nochmal zurückzukommen, die Saison war dann, ja, war okay, so. Aber das war, weißt du, was wir haben? Da haben wir noch die Saison, wo wir gegen Bayern gewonnen haben. So, und gegen Gladbach und so, das war, wir waren einfach Rückrunde. Aber mit Pahl, die Saison war schon gut gewesen. Dicker, das hat so Bock gemacht, alles war geil. Pahl hatte gute Laune, alle, das war geil. In der Hinrunde waren wir Vierte oder so. Mhm. Ich habe mir gesagt, wir kommen dieses Jahr Champions League vielleicht. Aber du weißt doch, Rückrunde ist härter immer ein bisschen. Dann kam die nächste Saison und dann wurde, glaube ich, schon entschieden, dass Pahl nicht mehr Trainer ist. Darüber will, eigentlich will ich ungern über dieses Jahr reden. Wissen Sie, was ich rede? Klar. Dann wurde Ante Czovic Trainer. Bruder, ich will es eigentlich ungern, aber egal. Oh, raus. Auf jeden Fall, Ante Czovic, weißt du, ich dachte, er ist mein Daddy. Weißt du? Mhm. Er dachte, er ist mein Daddy. Und, ähm, Trainer, ich schreibe mir so, okay, kann sein, dass ich dieses Jahr Kapitän werde. Ich habe schon, ich habe ihn auch schon lange gekannt. Ja, ich kenne dich schon, wie lange? Sehr, sehr, sehr lange. Ich habe schon für Kapitän dieses Jahr. Ich gucke schon, kauf ich trug von Hertha, kauf ich Kapitänsbindung, guck so, wie es aussieht, weißt du? Weißt du, so alles. So, ich meine, ich dachte, ich spiele wirklich die drei, vier neue Spiele, spiele ich endlich mal durch. Einmal ist er Trainer und dann habe ich das schönes Gefühl gehabt, so, weil er hat nicht mit mir so mit mir geredet, wie davor. Er hat nicht mit dir geredet? Nicht mal so wie davor, weißt du? So, weil ich kann es verstehen, da kann ich nicht mehr um deinen Jugendspieler kümmern, aber so ein bisschen wenigstens, weißt du? Weil ich bin ein Spieler, ich brauche ein bisschen Liebe vom Trainer, weißt du? Ich kann, weißt du? Es ist zwar schwer, aber es gibt man, du, als Trainer musst du auch so pädagogische Fähigkeiten haben, so, weißt du? Du musst wissen, wer mehr ein bisschen braucht, wer ein bisschen weniger. Es gibt auch Spieler, die scheißen auf alles und die Spieler, die brauchen ein bisschen mehr Lob, so, weißt du? Safe, safe. So, und, ja, dann habe ich einfach halbes Jahr nicht gespielt. Also, ich habe ein Spiel gemacht gegen Mainz, habe mir 2-1 verloren und, ja, weißt du, wie das Gegentor war? Dann kommt ein langer Ball, ich will zum Kopfball und dieser Adam Schaller gibt mir von hinten so einen Stoß und normalerweise ist er auch faul. Schee gibt kein Foul, die laufen außen durch. Welche Schuld war das wieder? Meine. Digga, guck doch mal Premier League, wie oft das passiert ist, aber war... Und die Spieler spielen immer wieder, weißt du? Aber wieder meine Schuld. Deswegen habe ich ein Jahr nicht mehr gespielt. Das nächste Spiel war erst wieder gegen Dresden. Du hast ein Jahr nicht gespielt. Ein halbes Jahr, ein halbes Jahr. Das nächste Spiel war gegen Dresden. Wie Gott das wollte, habe ich dieses mit Recht, ich weiß, bis heute im Spiel ist das Tor geschlossen. Bis Tor, ja. Bis heute, weiß ich nicht, wie Gott wollte es so. Auf einmal wurde ich Matchwinner. Ich dachte, das nächste Spiel spiele ich 100% spiele ich. Nächste Spiel wieder Bank. Augsburg, Fien, oder, ja, Fien will verloren, glaube ich. Hast du mal mit Ante dann gesprochen, oder? Nee, nee, weil, Bruder, mir... Ich rede, ich gehe nicht so auf Menschen zu und rede so wegen sowas. Ich bin auch nicht so der Typ, wenn ich nicht spiele, gehe ich auch nicht zum Tränen und sage so, ey, was ist los? Ich will mich mehr Leistung überzeugen, ich will mich mit meinem Mundwerk, weißt du? Deswegen war es ein bisschen... Und dann kam Klinsmann. Die ersten Spiele zwar nicht gespielt, aber hat mir was gesagt. Er meinte so, ich habe deine Qualität und so, bla bla bla. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, aber wir waren im Abstiegskampf, weißt du? Ich kann ihn verstehen, aber ein bisschen in Erfahrung setzen. Aber das war wenigstens etwas, weißt du? Dann hatte ich, wie Gott es wollte, gegen Bayern hatte ich Karim Ricke verletzt. Dann spiele ich gegen Bayern, ich habe mich mal schlecht gespielt, weißt du? Er hat seit 4-0 verloren, aber ich habe verteidigt, was ich konnte, weißt du? In Bayern kann man mal verlieren, weißt du? Seitdem habe ich jedes Spiel gespielt. Bei Klinsmann. Jedes Spiel, keine Verletzung, nichts. Ich dachte mir, was passiert hier? Ich habe auch ein Tor gegen Wolfsburg und so gemacht, weißt du? Guck mal, das liegt an Verletzungen, wenn du zu viel nachdenkst, zu viel... Weißt du? Es kann sein, dass du äußere Einflüsse, keine Ahnung, du kriegst einen Tritt oder so. Aber auch, man hat viel mit dem Kopf zu diesen Verletzungen. Du hast mir zu viel Druck gemacht oder zu viel nachgedacht. Das habe ich falsch gemacht. Warum wieder ich? So, immer verletzt, weißt du? Klinsmann, ich war nicht einmal verletzt. So, dann wurde Klinsmann, oder ist er gegangen? Und dann kam Labbadia. Der hat mit mir auch geredet, am Anfang. Hast du ja gesehen, habt ihr ja gesehen, was passiert ist? Er ist gekommen zu Corona, weißt du? Da hatten wir so, glaube ich, 2 Monate Pause. Da mussten wir wieder Vorbereitung machen und dann haben wir nur wieder 9 Spiele gespielt. Da, die 9 Spiele? Bruder, ich war der Shit. Bruder, wir haben Hoffenheim gewonnen. Wir haben RB 2-2 gespielt. Wir haben Leverkusen gewonnen. So was, weißt du? Ich war der Shit. Na egal, nächste Saison, da war die Saison zu Ende. Dann sind wir zur nächsten Saison gegangen. Haben dann Pokal verloren, weil ich war gelb gespielt. Und dann haben wir erstes Spiel gegen Bremen 4-0 gewonnen. Das ist schon ein Statement, Bruder. In dem ersten Spiel, wenn du 4-0 gewinnst, ist ein Statement. Zweites Spiel gegen Frankfurt. 2-1 verloren, glaube ich, ja. Bruder, ich habe da ein Dribbling gemacht. Ein Soul. Bruder, das hast du nicht gesehen. Das war ja geisteskrank. Dann, keine Ahnung warum, dieser Kamada. Hätte ich das gemacht, wäre safe rot. In meinen Augen. Aber tritt mir hier irgendwo ein Klischel. Boah, sind das Hose mal angerissen. Weißt du, und dass sie so sagt, ich bin verletzt. Ich habe damit weitergespielt. 20 Minuten. Komm, hör dir mal, hör dir mal das jetzt an. Ich war 6 Wochen raus. Komme wieder, mache Aufbau. Und bin positiv auf Corona getestet. Ich komme gerade aus der Verletzung und bin Corona-positiv. Wieder nach Hause. Smart. Ist sehr, sehr hart. Zum Glück hatte ich dann Zeit, richtig auszukurrieren. Dann war mein Fuß wieder gut. Jetzt, das habe ich auch noch nie jemandem erzählt. Wir reden doch alle von Corona-Nebenwirkungen und so, weißt du. Okay, oder man ist müde. Ich habe 2 Wochen trainiert. Da hat sich Omar Alderete verletzt und musste drei Spiele in einer Woche machen. Englische Woche. Gegen Union, Gladbach und Freiburg. Und dann gehen wir in der Mannschaften, oder? Mhm. Oder, weißt du, wie die tun? Gegen Freiburg. Direkt nach deiner... Nach Corona. Nach Corona. Zwei Wochen. Krass. Muss englische Woche spielen. Gegen Union war okay, weil wir erste Spiele nach Corona. Gegen Gladbach war aber gut. Dann kam Freiburg. Wir liegen jetzt nur zurück. Ähm, Dodi macht das 2-1. Luca Bacchio. Und dann kam da so ein ekliger Ball von außen. Und ich gucke so den Ball an. Und ich sehe, meine Augen sind verschwommen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts richtig, weißt du. Ich bin so verschwommen. Wenn ich den Ball wegschießen, rutsche ich über meinen Dings. Spannend. Einer schiebt einfach hinten ein. Passiert aber auch. Ich muss den Deck haben. Ich kann das sein. Guck mal das an. Kann passieren, oder? Seitdem auch nicht mehr gespielt bei Bruno Labanier. Ein paar Monate davor, Superstar, Superheld, jedes Spiel gespielt. Reden über Nationalmannschaft. Von einem Fehler gemacht und nie wieder gespielt. Weißt du? So, dann ging die Saison auch irgendwann zu Ende. Wurde auch rausgeworfen. Und wer kam danach? Doch, ich glaube, danach kam Pal wieder. Da habe ich auch die ersten Spiele gespielt. Die ersten beiden. War auch nicht so, keine Ahnung. Ich kann sein, dass ich müde war oder so. Aber war auch nicht so gut. Also so, wie ich mich von mir gewohnt bin. Dann kam Bayern. Da habe ich mich verletzt gegen Bayern. Okay. Da haben alle wirklich gesagt, der verletzt und anfällig, der sowieso immer verletzt wurde. Digga, was schreibt ihr? Digga, wenn ihr irgendwas 18.000 mal krank seid, auf Arbeit, dann sage ich irgendwas. Ist mir doch scheißegal. So ist halt Pech. Soll ich mich da in der Luft auflösen? So dann, ich habe Pal auch nicht mehr gespielt. Ja, und dann gingen wir in die nächste Saison. Da wurden wir fast abgeschossen. Habt ihr auch nicht mehr gespielt. Das erste Spiel war gegen Bochum. Da kann ich auch sagen, das war die Verletzung, die ich mir selber zuzuschreiben habe. So gegen Bochum, du weißt, ich musste lange warten auf meine Chance. Da auch gut gespielt. Auf einmal ist sie hinten zieht. Und ich hatte das Gefühl noch nie. Ich dachte so, ey. Jetzt schon wieder eine neue Verletzung. Neue Verletzung. Und ich einfach, als wir drin waren, ich wollte es probieren. Ich habe einfach wieder angefangen zu heulen. Weil ich dachte mir so, Digga, warum immer ich? Warum immer ich? Warum verletze ich mich bei sowas? Weißt du, wir haben da gewonnen, da war ich wieder drin. Verletze ich mich wieder. Da war ich wieder raus. Kannst du dir mal erzählen, wie es damit so, oder wie es jetzt dazu kam, dass du dann hierher gekommen bist? Wenn es war so, ich habe da, Paul war da nicht Trainer. Oder rausgeschmissen, wer kam Nachbarn? Korkuts. Teil von Korkut. Danke, 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 danke. Korkut kam. Eigentlich, ich meine, ein korrekter Mensch, ich mag ihn eigentlich nicht. Obwohl er mich einmal gegen Stuttgart ausgewechselt hat, ohne Sinn. Aber egal, ich habe ihn gemocht. Und dann war das so, ich habe gegen Dortmund gespielt. Einmal sagte er mir, ey, du spielst. Wie? Ja, du spielst? Da hast du gesehen, was gegen Dortmund war. Hm, ich bin nicht gewonnen. Und dann, ja, dann habe ich auch, habe ich gemerkt, so, ey, irgendwie, ich bin müde, auch vom Kopf her, so. Von, mein Kopf macht das nicht mehr lange mit, ich bin müde. Ich müsste was anderes versuchen. So, und dann kam Gant und da habe ich gesagt, ja, ich kenne die von FIFA. Kein Spaß. Ich habe schon, man kennt Gant eigentlich und da habe ich mir gedacht, okay, machen wir das einfach mal, nicht in Deutschland, sondern mal raus aus Deutschland, so, weißt du. Weil es gab auch nicht so viel, weil ich nicht so... Erstmal die Ausleihe war das. Ja, ja, die Ausleihe war das. Und da habe ich viel gespielt und habe dann auch überzeugt. Du hast dich auch wohl gefühlt hier, ne? Wohl gefühlt, ja. Ich habe mich hier willkommen, der Trainer, der Trainer umarmt mich so, weißt du, da gibt es eine... Na, wenn du es so sagst, Bro, dann war bei Hertha nicht so, oder wie? Nee, nicht so wirklich. Anfangen, ich sagte, bei zwei drei nochmal anfangen und danach nichts mehr. So, und dann, aber egal jetzt. Da gibt es so ein Ehepaar, weißt du, die macht immer Essen, dann die Frau gibt ihm einen Kuss auf die Wange, so, weißt du. Und der Mann umarmt sich dann so, so was halt, weißt du. Familial halt. Ja, familial halt, weißt du. Da habe ich auch richtig wohl gefühlt. Dann hat man, glaube ich, auch gesehen, was ich auf dem Platz gemacht habe. Pokal gewonnen. Pokal-Sieger, habe ich einen Vlog. Ja, Pokal gewonnen. Mein allererster Vlog, richtig geiler Vlog, wirklich. Pokal gewonnen, ja, und dann war das halbe Jahr zu Ende, bin ich wieder nach Berlin. Hast du die Vorbereitung jetzt mitgemacht? Die Vorbereitung mitgemacht und dann habe ich auch gemerkt, ey. Du würdest gerne wieder zurückgehen? Nein, nein, das ist nicht so, also, ich habe, weil viele werfen mir ja vor, ich hätte keinen Bock auf Hertha gehabt. Hätte ich keinen Bock gehabt, wäre ich doch gerade zur Vorbereitung gekommen. Dann wäre ich doch am Anfang gleich in Gang geblieben. Einfach an. Weißt du, wie kann man so dumm sein? Guck da einfach selber, hä? So, nein, dann habe ich Vorbereitung und habe dann gemerkt, es wird nichts mehr. Echt, ja? Weil du weißt selber, ich war, glaube ich, auch nie so fit wie in dieser Saison. So viel, wie du gespielt hast, meinst du? Nein, weil ich habe auch viel gemacht, so richtig. Ich war auch nie bei Hertha, seitdem ich probiert war, war ich noch nie in der ersten Gruppe. Ich war einfach in der ersten Gruppe beim Laufen. Krass. Und sogar weit vorne, so beim Laufen, weißt du? Ich wollte zeigen, dass ich fit bin, aber so, ich habe gemerkt, dass... Einfach auch das Wohlbefinden nicht mehr so... Ja, ich habe es natürlich so gemerkt, ey, ich werde hier nicht mehr erste Wahl, so, weißt du. Echt? Ja. So, ich habe es irgendwie... Ich habe so ein Gefühl immer und mein Gefühl täuscht mich so selten und... Auch wenn ich mal gesagt habe zu meinem Bruder, ey, ich spiele, glaube ich spiele dieses Spiel nicht. Er meinte, was redest du, du musst spielen. Und einmal war ich drauf auf der Bank. So, weißt du? Und so war das Gefühl mit Hertha, da meinte ich, ey, das wird nichts mehr. Deswegen komme ich zurück nach Gen. Und jetzt bist du hier happy. Und jetzt will ich auch, ja, allen zeigen. Ich habe ein bisschen gezeigt, ähm, jetzt, das letzte Mal, aber ich will noch mehr zeigen. Und ich habe Bock. Hoffentlich. Ich habe Bock. Morgen Europa League, Qualifikation, ich hoffe, sie machen das. Ja. Und jetzt aber kannst du sagen, du bist zufrieden und glücklich hier zu sein? Ja, ich bin... Fahrt, oder kannst du, willst du abschließend so über Hertha oder zu härter aussagen? Nein, nein, also ich habe dem Verein viel zu verdanken. Sehr, sehr viel. Also ich rede nur, wie es mir ging. Ich rede nicht, es ist alles schlecht, so. Also es ist viele Gute, ich sage, ich habe mir zu Profi gemacht. Was soll ich, was soll ich da schlecht über die sagen, weißt du? Aber nur wie es so mir ergangen ist, oder wie ich es gefühlt habe. Okay. Und, ähm, ja, die Fans, ich liebe die Fans, ich liebe die Fans, die Fans stand immer hinter mir seit Tag 1, so, weißt du? Deswegen kann ich nichts über die sagen. So, aber wie es mir ergangen ist, so, weil ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet, so. Ich habe immer in mich reingefressen. Das ist so exklusiv für dich. Nein, aber so, ähm, wie es mir ergangen ist, weil die Fans, bruder, weißt du, als ich das Tor gegen Dresden gemacht habe, bruder, weil ich wohl gesehen habe, wie ich alle geschrien habe, wie Gänsehaut ich hatte. Guck mal, jetzt, guck mal, guck mal. Siehst du, ha? Auch wissen, was kalt ist, aber... Nein, aber so, oder, oder als das Rassismus da auf Schalke passiert ist. Jetzt hast du, erzähl mal, was ist da passiert auf Schalke mit dem Rassismus? Keine Lust, keine Lust jetzt, Mann, das ist, na, keine Lust, das zu erzählen. Gar nicht? Ne, das ist vorbei. Das habe ich keinem Boxer erzählen, wirklich, ich bin nicht ehrlich. Okay, kein Problem. So, oder dann haben die da einen Tag später, haben die so, äh, meine Nummer hochgehalten, 25, ganze Stadion. Und ich dachte, Digga, was passiert hier? So, deswegen, ich liebe die Harte, fand ich übertrieben. Geil. Aber so, wie es mir ergangen ist, oder wie ich es so gefühlt habe, so. Ja, die hat einfach gestört, dass jeder einmal dachte, du bist verletzt oder so, das ist immer deine Schuld, obwohl es nicht immer deine Schuld war. Was kannst du abschließend generell bis jetzt zu deiner Karriere sagen? Was sind deine Ziele für die nächsten Saisons? Abschließend kann ich sagen, ähm, ich hätte jetzt mehr, wenn ich nicht so oft verletzt gewesen wäre, was immer hätte, wenn und aber, hätte ich mehr erreichen können. Ähm, ich bin zufrieden, wie es ist, aber, äh, nicht zufrieden, also, es sollte so sein, wie es ist, aber ich bin nie zufrieden. Ja, immer mehr, aber jeder hat seinen eigenen Weg. Bei mir ist es jetzt so über Gantt, was danach passiert, weiß ich nicht, aber jeder hat seinen eigenen Weg. Bei mir war es auch immer so, ich freue mich immer so mit, so Spieler, die in meinem Jahrgang sind, ich wollte immer, die schon Champions League oder so spielen, ich wollte immer die toppen, so, weißt du? Mhm. So, weil, ich meine, ich weiß, was ich kann und ich will mich mit denen messen, weißt du, was ich meine? Und dann, wenn ich verletzt war, musste ich wieder ran kämpfen, weißt du? Mhm. Dann bist du wieder auf dem Level, verletze ich irgendwann wieder oder, keine Ahnung, der Trainer hat keinen Bock auf dich. Aber, ähm, sollte so sein. Du bist zufrieden trotzdem, so wie es gekommen ist. Ich bin jetzt nicht mal der Jüngste, aber noch relativ jung, ähm, nicht zufrieden, niemals zufrieden sein. Nein, ich meine, so wie es jetzt gekommen ist, ist es gekommen. Ja, es ist so gekommen, ja. Okay. Und, ähm, Ziele für die nächsten, für die nächsten Saisons, auch mit Gent jetzt, was hast du mit Gent vor? Also, mit Ziele habe ich, also, ich habe immer geredet, ich will diese Play of 1 spielen, also, hier gibt es ein anderes System, aber, boah, ich will diese Saison wirklich Meister werden. Echt? Ich habe keine Zeit für Play of 1, nur da zu spielen und so weiter, ich will Meister werden direkt und ich möchte wieder den Pokal verteidigen, ganz klar. In Europa, die so weit kommen, wie es geht, ich will mich auch mit den besten Vereinen messen, damit endlich mal alle sehen, ey, der Junge hat doch eine kleine Schraube locker, weil ich will, ich will, ey, der Junge, was ist da mit ihm passiert, der hat eine Schraube locker und das will, ihr sollt sehen, dass ich eine Schraube locker habe, weil ich habe eine Schraube locker, aber, ja, aber, ihr werdet sie spielen, ihr werdet sie sehen im Spiel. Wie Murmuth Ali meinte, ich wollte euch zeigen, wie großartig ich bin. Stark. Wenn du den jungen Spielern etwas mitgeben könntest, wenn du auch so rückblickend auf dich, auf deine Karriere schauen könntest, was würdest du einem jungen Spieler raten, vielleicht auch einem jungen Spieler mit Migrationshintergrund, weil du weißt, wie es in Berlin ist, du hast ja zwar das nicht erzählt mit dem Rassismus, aber was könntest du jetzt da einem jungen Spieler, wenn ein junger Spieler jetzt vor dir wäre und der fragt dich, ey, Jordan, kannst du mir Tipps geben, was würdest du ihm sagen? Jordan, sei immer du selbst, verändere dich für keinen, aber du musst auch manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen fake sein, ja, sagen wir so, impossibel. Du musst einfach zwingen Trainer ruhig sein und so. Ja, so, wenn ein Trainer was sagt, haltet dein Maul. Also, es bringt nichts, es bringt nichts, irgendwas dagegen zu sagen. Wenn ein Trainer euch irgendwas sagt, wenn ihr jung seid, dann sagt einfach, ja, ihr könnt euch im Kopf denken, ja, was für ein Arschloch, aber sag einfach nichts. Es bringt nichts, ja, der ist euer Arbeit, der ist euer Boss und wenn er euch hasst, dann habt ihr ein Problem. So, sagt nichts, aber gibt immer Gas, arbeitet hart und ja, wenn ihr hart arbeitet, könnt ihr euch nichts vorwerfen. So, weißt du, weil ich habe hart gearbeitet, wenn es irgendwann dann nicht klappen sollte, dann denke ich, okay, ich habe alles gegeben. So, es ergibt sich Schlimmeres, als zu sagen, ey, hätte ich doch lieber damals. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, es ergibt immer Gas. Das werfe ich mich zum Beispiel manchmal vor. Das ist geistig. Oder nicht manchmal, sogar oft. Ja. Dann sage ich mir auch immer, warum habe ich nicht damals die Schnauze gehalten? Ja. Und warum habe ich nicht einfach gesagt, ja, Herr Thoom, Sie haben recht, ja, ja, ja. Sie, bei mir, ich war auch der Hitz-Cop damals. Bruder, ich habe Bundesliga, ich habe mich mit RB Leipzig, Sabitzer angelegt, was bis heute dumm ist. Ich habe mich sogar mit Kempf angelegt. Wir haben da aber letztens darüber geredet, wir haben uns totgelacht. Ich habe mir gesagt, wie dumm waren wir eigentlich? Und jetzt, dann sagen wir alle bis heute, ich bin noch Hitz-Cop. Bruder, ich bin der gechillteste Mensch, den es gibt. Hast du mich schon mal, hast du mich schon mal, hast du mich schon mal einmal sauer gesehen im Spiel? Nein, jetzt gar nicht mehr. Bruder, aber es wird immer welche Menschen geben, die, äh, die kritisieren, egal was du machst. Aber das zeigt dir, wenn du Hater hast, zeigt es dir, du machst etwas richtig. Ja, aber das nervt mich bis heute. Na gut, Brudi, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war Jordan, das war Jordans Story. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wir schauen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne Liebe da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das kostet euch nichts, ähm, damit supportet ihr mich aber. Vielen Dank für den ganzen Support auf die, auf die letzten Videos. Äh, ich habe noch große Dinge vor, bin ich echt gespannt, wie es weiter wird, Bruder. Ja, vielen Dank und, äh, bis zum nächsten Mal. Das ist ein Check. Ich darf, ich gucke jetzt. Ist es nicht aufgenommen, ich würde dich totschlagen, weißt du. Ich liebe es, wir machen die nächste Mal. Ich liebe es für diese comet und geht's a işte. Und wenn du mich erleben, wir, wait? Und du, das ist tatsächlich irgendwie metaphorisch? Vielen Dank.